Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 80 zwischen Witzenhausen und Gärtenbach im Werra-Meißner-Kreis. Wie die Polizei mitteilte, war eine 19-jährige Frau aus Witzenhausen mit ihrem Fahrzeug in Richtung Hedemünden unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn kam die junge Frau plötzlich ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte mit der Beifahrerseite frontal in das Fahrzeug eines 45-jährigen Mannes aus Hannover-Schmünden. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Mann aus Hedemünden wurde bei dem Unfall ebenso wie seine 39-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Nach einer ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der nicht eindeutigen Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt. Beide Fahrzeuge wurden für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf rund 18.000 Euro geschätzt. Zum Einsatz kamen die Feuerwehr Witzenhausen und Gärtenbach sowie das Team des Rettungshubschraubers Christoph 44. Die B80 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. UmfastДbestand für die Dauer der Sch�omach energie Guidepsche Die Dauer der Rettung des ZDF für funk, 2017 Die Dauer der Rettungs- und ZDF für funk, 2017